Hi, ich bin's Alex, willkommen bei SpielLama und heute geht es um Star Wars Legion. Ja, ich habe da so ein neues Hobby, würde ich sagen, wobei neues Hobby ist es gar nicht. Im Tabletop bin ich jetzt schon seit über zwei Jahren. Es haben vielleicht einige von euch mitbekommen, angefangen mit Warhammer 40.000 Kill Team, dann das große Warhammer 40k und das große Warhammer 40k habe ich jetzt quasi beendet, zugunsten von dem da, Star Wars Legion. Ich hatte damals tatsächlich schon die erste Star Wars Legion Grundbox, Imperium gegen Rebellen, da hat es mir nicht so gut gefallen, da war ich aber erstens im Tabletop noch gar nicht so drin und zweitens lag es durchaus auch mit an den Fraktionen und mir hat der Glaube gefehlt, dass Star Wars Legion zu einem richtigen vollwertigen Tabletop wird und das muss ich zurückziehen. Das ist es geworden, definitiv. Mehr als das, würde ich sogar sagen, denn es ist ein vollwertiges Tabletop mit einer natürlich grandiosen Hintergrundgeschichte, mit einer grandiosen Welt, die dazu gehört. Und in diesem Video soll es ein bisschen darum gehen, wie fange ich eigentlich mit Star Wars Legion an, was ist Star Wars Legion, brauche ich das hier eigentlich alles, denn ja, man sieht, es ist bei mir ganz schön eskaliert. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Star Wars Legion Zweispieler Grundbox, das ist die Clone Wars Grundbox mit dem Galaktischen, den, ach man, der Galaktischen Republik und der Separatisten-Allianz, also Droiden gegen Klone im Großen und Ganzen. Wir haben hier General Grievous und Obi-Wan Kenobi. Ich kann General Grievous mal in die Kamera halten, so dass man ihn sieht. Den habe ich schon bemalt, ich habe den Großteil tatsächlich schon bemalt, was man vielleicht von oben nicht ganz so gut sieht. Und Obi-Wan ist noch nicht ganz fertig. Den haben wir hier, den lieben, die beiden mit ein paar Klonen gegeneinander. Doch das war es nicht nur, es ist auch alles dabei, was du sonst zum Spielen benötigst. Also, es sind dabei Würfel, es sind dabei die Messwerkzeuge, die Schablonen, es sind dabei natürlich alles an Karten, es ist dabei ein Regelheft, auch wenn ein Referenzheft fehlt, leider, leider. Die Tokens, hier mal Star Wars Legion, man merkt, dass es von einem Brettspielverlag kommt. Es hat eine ganze Menge Tokens. Diese Box ist mittlerweile voll. Das ist natürlich nicht alles Tokens aus der Grundbox. In der Grundbox sind nur die Tokens dabei, die man auch wirklich für die Grundbox eben benötigt. Dann sind in der Grundbox dabei, wie gesagt, die Messwerkzeuge. Das heißt, in Star Wars Legion messen wir Dinge nicht mit einem Maßband ab, was genau so funktionieren würde, ohne Probleme, sondern wir messen alles mit so einem Messstab ab. Sowie mit Bewegungsmesswerkzeugen. Und wo habe ich die? Die habe ich hier. Die habe ich auch schön angemalt. Die sind eigentlich auch grau. Das heißt, ähnlich wie bei X-Wing haben wir hier so Bewegungsstäbe, Bewegungsschablonen in drei Größen. Und die entsprechen einer Bewegungsreichweite von bis zu drei Zoll. Das kleinste. Drei Zoll, fünf Zoll, sieben Zoll. Und die legt man dann entsprechend an eine Base an, bei einem Fahrzeug hier in diese Aussparung. Oder bei einem normalen Trupp eben da rein. Und kann dann hier noch schön das umstellen und sagen, ja, du bewegst dich jetzt dahin. Das nur so ganz kurz als Exkurs, was uns denn alles erwartet. Dazu gibt es noch so ein paar Barrikaden, die wir eben aufs Spielfeld stellen können als Gelände. Natürlich sollte man schleunigst gucken, dass man selbst noch mehr Gelände bekommt als nur das. Aber das ist es, was uns diese Grundbox gibt. Und das reicht, um losspielen zu können und das System erkunden zu können. Das kommt in der Grundbox so auf ungefähr, ich würde mal sagen, 400 Punkte. Wobei man aus der Republikarmee tatsächlich ganz leicht auch 500 Punkte machen kann. Während das bei den Klonen tatsächlich ein bisschen mehr Einsatz monetärer Mittel erfordert an der Stelle. Das heißt, da sind die Armeen nicht ganz ausgeglichen, was die Punktewerte angeht. Aber tatsächlich sind sie spielerisch recht ausgeglichen und interessant. Und das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache. Hier haben wir aus dem Zubehörset das Messwerkzeug mit der 6er Reichweite. Das ist das größere. Und hier aus der Clone Wars Grundbox das kleinere mit einer 4er Reichweite. Das wird halt gemessen, um zum Beispiel Entfernung von Fernkampfattacken und Ähnlichem abzumessen. Anstatt eben einem Maßband. Ist eine ganz nette Sache. Tabletop-Veteranen können aber auch ohne Probleme ein Maßband benutzen. Solange man sich an die entsprechenden Zolleinheiten hält, ist das kein Problem. Regelheft habe ich angesprochen. Was in der Clone Wars Grundbox fehlt, was noch in der alten Grundbox war, also in der Imperium gegen Rebellen Grundbox, ist das Referenzheft. Das fehlt deswegen, weil das quasi ständig geupdatet wird. Und Atomic Mars Games, nicht mehr Fantasy Flight Games, sondern Atomic Mars Games ist für die Tabletop-Sparte mittlerweile verantwortlich. Da einfach sagt, jo, ladet euch das PDF runter. Ja, dann habe ich diese Box mir eben gekauft und mir meine Armeen zusammengestellt. In Star Wars Legion ist das ganz cool. Auch da sieht man, dass es aus einem Brettspiel kommt, in dem wir zu allem, zu jeder Einheit eine solche Karte haben mit ihren Werten. Also hier zum Beispiel dann die Karte von Obi-Wan. Nehmen wir sie mal genau hier aus der Grundbox von Obi-Wan. Und dazu gibt es dann auch eben noch Upgrade-Karten und Ähnliches. Und wir auch einen Karten-Mechanismus haben während des Spiels. Das sind die sogenannten Kommando-Karten. Die habe ich hier. Da gibt es dann zu jedem Commander gibt es nochmal drei Karten, sowie eben ein paar vier Grundkarten. Macht dann insgesamt sieben. Das gibt es für alle Fraktionen, für alle Seiten. Da ist also auch alles Wichtige mit drin. In jedem Pack, das man extra käuft, sind entsprechende Einheiten-Karten, Upgrade-Karten für diese Einheit dabei. Und wenn es ein Kommandant ist, dann entsprechend oder ein Agent auch entsprechende Kommando-Karten. Damit man das alles immer schön hat. Des Weiteren gibt es Kartenaufwertungspacks 1 und 2 bisher. Die geben einem einfach Upgrade-Karten, damit man nicht einzelne Sets kaufen muss. Denn bisher ist es so, dass es eben einzelne Upgrade-Karten nur in bestimmten Sets gibt. In bestimmten Einheiten-Sets. Und man sich diese dann event früher gekauft hat, nur um die Upgrades zu bekommen. Jetzt gibt es die Einheiten-Upgrades, die Karten-Upgrades oder Karten-Erweiterungssets 1 und 2. Das nimmt schon einiges weg. So eine Upgrade-Karte kann ich mal zeigen. Das ist dann hier zum Beispiel sowas. Und jede Karte hat ein Zeichen drauf, welche Art Upgrade sie ist. Und jede Einheiten-Karte zeigt mir an, wie viele Upgrades ich geben kann. So sehr ins Detail wollte ich gar nicht gehen. Ich wollte euch zeigen, was ihr alles braucht, was ihr nicht braucht, um mit Star Wars Legion anzufangen. So wie gesagt, das hier sind jetzt zwei Armeen und das sind zwei vollwertig, locker, blockig vollwertige 800-Punkte-Armeen. Das heißt, 800-Punkte ist das normale Spiel, 500-Punkte ist das Skirmish-Spiel, das kleinere Spiel. Anfangen würde ich immer mit 500 mich rantasten, auch was einfach die Spielfähigkeiten, die Schlüsselwörter etc. angeht. Und dann Stück für Stück auf 800 gehen, dann weiß man auch, welche Einheiten findet man cool, was braucht man, was möchte man haben. Ich bin gleich eskaliert, weil ich tatsächlich einfach die Figuren so toll finde am Bemalen. So viel Spaß hatte jetzt die letzten Tage, das war so mein Baby-Ausgleich. Und ich tatsächlich einfach zwei richtige Armeen haben wollte. Dann gibt es noch so neutrale Sets, das sind zum Beispiel Zielmarker, das sind einfach quasi ein bisschen Gebäudesachen, kann man sagen, damit das Spielfeld schöner aussieht, nichts Spielrelevantes. Das Zubehörset, das habe ich, obwohl ich die Grundbox habe, hier ist nochmal ganz viel drin, was in der Grundbox ist. Aber hauptsächlich geht es darum, da sind Würfel drin und Würfel sind gerade fast überall ausverkauft. Und es ist einfach nett, mehr Würfel zu haben, als in der Grundbox sind. Und es sind die Messwerkzeuge und der Maßstab nochmal drin. Das ist nett, wenn man eben zu zweit spielt, damit man den Kram nicht hin und her reichen muss. Wenn ihr euch die Box mit einem Kumpel teilt oder so, kein Problem, vielleicht sagt ihr, für 25 Euro nehmen wir noch dieses Zubehörset mit. Dann haben wir noch mehr. Aber es ist natürlich im Vergleich zur Grundbox, die man so zwischen 100 und 90 Euro kriegt, vergleichsweise teuer, das muss man tatsächlich sagen. Ja, und dann haben wir hier ganz viele einzelne Sets. Und was ist das denn eigentlich? Es gibt bei Star Wars Legion unterschiedliche Sets, die ich kaufen kann. Nehmen wir mal hier so Zubehörzeug weg und dann sehen wir mich auch mehr und näher. Das ist doch ganz toll. Dann haben wir einmal Commander-Erweiterungen. Dann haben wir hier zum Beispiel Klon-Captain Rex. Oder wir haben hier Anakin Skywalker. Das sind Commander-Generele für meine Armee. Einzelne Figuren, meistens, ja doch meistens tatsächlich namhafte Figuren. Nicht immer, sehen wir gleich bei den Druinen. Ja, also Anakin wollte ich zum Beispiel einfach aus Prinzip haben. Klon-Captain Rex habe ich ehrlich gesagt günstig geschossen. Das ist Rex, der auch in den Star Wars Clone Wars viel mit Anakin zusammen macht und alles und sich so ein bisschen durch die Geschichte zieht. Das ist auch eine ganz, ganz coole Miniatur an der Stelle. Aber das ist einmal eine Art. Dann gibt es ganz klassisch Einheitenboxen. Da habe ich hier einmal Klontruppen der Phase 2. In der Grundbox sind nur Klontruppen der Phase 1. Das sind Klontruppen der Phase 2. Also nochmal andere Klontruppen. Und dann habe ich hier die Spezialeinheiten, die Arc Trooper. Aber die sind einfach cool. Und natürlich erfüllen die in der Armee auch unterschiedliche Zwecke, haben unterschiedliche Fähigkeiten, erfüllen unterschiedliche Slots. Während die Klontruppen einfach solche Standardeinheit sind, gehören die Arc Trooper zu den Eliteeinheiten. Was ich da bei Legion sehr, sehr cool finde, ist, dass bis auf bei der, ich sage mal, der Urstandardeinheit, also bei der Republik, die Klontruppen der Phase 1 und bei den Separatisten, die B1-Truiden, sind alle möglichen Upgrade-Figuren schon in der Box mit drin. Also da steht dann drin, enthalten sind sieben Plastikminiaturen. Aber ein Klontrupp besteht aus vier Plastikminiaturen. Also habe ich drei über. Und diese drei kann ich in den Upgrade-Varianten bauen, die ich dann durch die Karten quasi upgraden kann. Ich kann also sagen, hier mein Trupp Klontruppler, mein Vierertrupp Klontruppler, da haben wir sie, vier Stück, sollen bitte noch hier so ein Maschinengewehr mit dabei haben. Ja, kostet extra Punkte, können sie aber noch mitnehmen, dann habe ich das. Oder ich sage hier, dieses Ionengewehr möchte ich mit dabei haben, weil Ionen sind gut gegen Schilde. Und die lieben Druidiker, die haben einfach Schilde. Also will ich die doch knacken, also mache ich das doch damit. Da habe ich also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das ist alles hier in diesen jeweiligen Einheitensets dann schon dabei. Das einzige, für was es nochmal extra Upgrade-Sets gibt, das haben wir hier. Das ist Klontruppen der Phase 1 Upgrades, sowie B1 Kampftruiden Aufwertungserweiterungen. Ah, Aufwertungserweiterungen heißen sie. Das ist der nächste Typ der Erweiterungen. Die gibt es jeweils immer nur tatsächlich, wie gesagt, für die Ursprungskerneinheit nennen wir sie mal. Also die normalen Klontruppen und die B1 Einheit, sowie die normalen Rebellentruppen und die normalen Stormtrooper. Da haben wir sie dann. Die finde ich tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, sie einmal zu haben, mindestens um alle Upgrade-Möglichkeiten zu haben. Man kann aber auch sagen, oder es ist durchaus sinnvoll zu sagen, ich kaufe sie mir einmal pro Klontruppe. Damit man jede Klontruppe tendenziell mit den entsprechenden Upgrades ausstatten kann. Da sind wir dann aber schon im totalen Optimieren der eigenen Armee. Erstmal geht es darum, was gibt es und welche Möglichkeiten habe ich. Und da ist dann die Aufwertungserweiterung definitiv eine Möglichkeit, um auch nochmal den gleichen Trupp einfach mit mehr Punkten und Möglichkeiten auszustatten. Ja, und dann gibt es noch sowas wie Spezialistenaufwertung. Das ist auch ein Pack. Auch das sind einfach nochmal spezialisierte Klontruppen, mit denen ich meine anderen Klontruppen aufwerten kann. Das heißt, wir haben zwei Arten der Aufwertungen für meine bereits bestehenden Einheiten. Das ist einmal die normale Aufwertungseinheit und dann ist das die Spezialistenaufwertung. Das haben wir auch hier. Die normale Aufwertung für die Druiden und die normale Aufwertung für die Spezialistenerweiterung für die Separatisten. Das sind dann hier vier besondere Druiden, während das hier einfach weitere B1-Druiden sind zur Aufwertung. Also auch da an der Stelle eine ganz, ganz coole Sache. Dann haben wir Padma Amidala in diesem Fall. Padma Amidala ist kein Commander. Die gute Padma ist eine Agentin. Wir haben also Commander, Generäle. Wir haben Agenten. Wir haben normale Einheiten. Wir haben Spezialeinheiten. Wir haben Unterstützungseinheiten. Und wir haben schwere Einheiten. Unterstützungseinheiten sind dann sowas wie eben die Druidika. Schwere Einheiten sind dann sowas wie Panzer. Also besonders eben Panzer. Die zählen zu den schweren Einheiten. Ich glaube hier der AT-RT. Der zählt auch zu den schweren Einheiten an der Stelle. Und auch hier gibt es teilweise Modelle, wenn man sie richtig baut, die durchaus beweglich bleiben. Ich nehme mal den runter. Hier sieht man, ohne dass ich das Modell jetzt hier komplett auseinandernehme, kann ich tatsächlich Teile des Modells weiter bewegen, indem ich es nicht geklebt habe, sondern es sitzt so gut, dass es passt. Das ist wunderbar. Und das ist an der Stelle ganz cool einfach. Ja, das sind die unterschiedlichen Erweiterungsarten. Da gibt es je nach Fraktion durchaus unterschiedlich viele verschiedene Sets. Mein Gefühl sagt mir, dass es mehr Sets aktuell für Imperium und Rebellen gibt. Einfach weil das die Fraktionen sind, die es schon länger gibt. Ganz neu als Fraktion dazugekommen ist ja die... Nein, nicht schwarze Sonne, um Gottes Willen. Aber die Verbrechertruppe rund um Darth Maul. Das ist quasi eine fünfte Fraktion, die auch so ein bisschen als Söldner für die anderen Fraktionen fungiert. Und die anderen sind eben jetzt hier die Separatisten noch. Wie gesagt, da gibt es die gleichen Erweiterungen. Da habe ich dann sowas. Wups, der ATRT der Republik, der gehört ja hier dazu. Mann! Da haben wir dann sowas eben wie die B1-Druiden. Dann die B2-Superkampf-Druiden. Die IG-100 Magna-Wächter. Die Figuren stehen jetzt hier gerade nicht auf dem Tisch. Die sind drüben auf dem Maltisch. Und Count Doku als Figur. Super cool. Freue ich mich auch darauf, den guten Count zu bemalen. Ja, ein Muss. Genauso wie dann eben hier noch als Druiden-Erweiterung, als Separatisten. Aber mit dem Aufwertungspack dann tatsächlich die passende, geupdatete Karte dabei. Da ist er dann nämlich ein Söldner. Das heißt, er kann in unterschiedlichen Armeen benutzt werden. Der gute Cat Bane. Besonders für Leute, die Star Wars Clone Wars und Star Wars Rebels geguckt haben. Ein Muss. Das heißt, tatsächlich gibt es hier Figuren, die ich mir gekauft habe, weil ich sie einfach cool finde. So, jetzt haben wir so eine ganze Menge Einheiten und so eine ganze Menge Kram. Wie fange ich denn jetzt am besten mit Star Wars Legion an? Was kaufe ich denn da, wenn ich jetzt nicht irgendwie 250 Euro pro Armee ausgeben möchte? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Aktuell würde ich dringend empfehlen, sich zu überlegen, möchte ich mit einem Kumpel zusammen spielen und kann ich mir mit einem Kumpel die Box teilen? Wenn ja, sucht euch aus die Clone Wars Box oder die alte Box, die ist auch noch super erhältlich mit Imperium gegen Rebellen. Und dann habt ihr eure zwei passenden Fraktionen, die ihr aufteilt, teilt den Preis der Box auf. Dann habt ihr mit 50 Euro pro Person eine super Sache, um loszuspielen. Perfekt. Wenn ihr sagt, ich nehme noch das Zubehörset mit, was ich tatsächlich empfehlen würde, wenn ihr es euch zu zweit aufteilt, dann seid ihr irgendwie insgesamt bei 120 Euro, seid ihr bei 60 Euro pro Person. Super. So, wenn du jetzt aber sagst, ich möchte alleine anfangen und ich gehe irgendwie in meinen örtlichen Tabletop Club und spiele da mit oder suche mir Mitspieler, aber ich will erst mal alleine mit meiner Armee anfangen, dann kann die Grundbox trotzdem ein ganz guter Deal sein. Es gibt aber jetzt, beziehungsweise kommen jetzt Boxen raus, die da ein besserer Deal wären tatsächlich, auch wenn sie teurer sind. Und zwar gibt es jetzt neue Armeesets zu einer Armee. Also da habe ich quasi eine ganze 800-Punkte-Armee drin, eine fertige, die auch noch thematisch passend zusammengestellt ist. Da gibt es aktuell die Schneetruppler fürs Imperium, also quasi die Hot-Invasionsarmee. Dann kommt raus die 501. als Galaktische Republik rund um Anakin, dann die Druiden-Invasionsarmee rund um General Grievous. Und dann wird es natürlich auch noch eine Rebellenarmee geben, die ich aber gerade nicht richtig auf dem Schirm habe. Und diese Boxen kosten so 120, 130 Euro. Da habt ihr aber nur die Armee drin. Also brauchst du dazu dann mindestens noch dieses Zubehörset. Dann bist du bei 150 Euro. Aber dann hast du einen punktemäßig perfekten Einstieg in Star Wars Legion. Dann hast du eine vollwertige Armee. Ist das die beste Armee? Nein, sicher nicht. Auch diese Armee ist nur ein Grundstock. Aber du bist halt voll drin. Trotzdem kann das überfordern. Denn du hast eine ganze Menge Miniaturen. Du hast auch eine ganze Menge gleiche Miniaturen. Das macht dann vielleicht nicht so viel Spaß. Bei der Invasionsarmee mit General Grievous, der Armeebox, hast du zum Beispiel dann viermal B1-Druiden. Und ehrlich gesagt, ich fand es anstrengend genug, auch wenn es echt schnell ging, meine zwei Truppen B1-Druiden zu bemalen. Das Ganze viermal zu machen. Gerade am Anfang, boah, muss man wollen. Also persönlich würde ich aktuell eine Zwei-Spieler-Grundbox bevorzugen. Es macht aber den Anschein, dass bei Atomic Mass Games gerade die Zwei-Spieler-Boxen Stück für Stück aussortiert werden. Das sieht man am... Oder sieht man am... Passt gar nicht so wirklich. Aber auch Asmodee, das Tabletop-Spiel A Song of Ice and Fire, also das Game of Thrones Tabletop. Da gab es auch erst eine Zwei-Spieler-Grundbox. Und die wurde Stück für Stück quasi aufs Abstellgleis geschoben. Und gegen Einspieler-Armee-Sets ausgetauscht, die man kaufen kann. Und das, habe ich das Gefühl, wird jetzt bei Star Wars Legion auch passieren. Ansonsten möchte ich ein paar Worte sagen, warum ich Star Wars Legion jetzt eigentlich eingetauscht habe. Beziehungsweise mich von Warhammer 40k, vom Großen, verabschiedet habe. Und das liegt daran, dass Warhammer 40k ein verdammt schnelllebiges System ist, das ständig erweitert wird. Man ständig neue Sachen kaufen muss. Man ständig am Puls der Zeit bleiben muss. Und da ist Star Wars Legion wesentlich konstanter. Das heißt, man braucht keine Angst haben, dass irgendwie alle paar Jahre bei Warhammer 40k, so alle drei Jahre, eine neue Edition rauskommt. Und die sagt, alles, was ich bisher habe, außer die Figuren, zumindest die meisten, kann ich über den Jordan schmeißen. Ich brauche alle Bücher neu, etc. Nein, Bücher, Kodizes, Armeebücher, was es alles gibt. Ich zeige es mal kurz. Und bei Warhammer, da habe ich ein Grundregelwerk. Dann brauche ich, wenn man wie ich Space Marines spielt, das gängigste bei Warhammer 40k, dann brauche ich zu dem Grundregelwerk den Kodex Space Marines. Und da stehen alle meine Einheiten und alles drin, die ich spielen kann. Und alle Regeln zu meinen Einheiten und Fluff. Aber das reicht nicht. Man spielt ja auch nicht nur die Space Marines an sich, sondern man spielt noch eine bestimmte Truppe der Space Marines. In dem Fall einen Orden. Die Black Templar in meinem Fall. Und auch da habe ich dann alle ordensspezifischen Bücher. So, das sind drei Bücher, die kosten nicht wenig. Yes! Und wie man sieht, sind das ganz schöne Oshis zusammen. Und wenn eine neue Edition rauskommt, dann kann ich das alles über den Haufen schmeißen. Dann gilt das alles nicht mehr. Dann ist das alles im Großen und Ganzen hinfällig. Und kann auf den Papierberg oder in die Papiertonne. Das wird bei Star Wars Legion sehr wahrscheinlich nicht passieren. Es gibt ein Tabletop-System von Atomic Mass Games, von Fantasy Flight Games bzw. Asmodee, wo das ähnlich passiert ist. Das ist X-Wing. X-Wing bekam einen Editionswechsel von Edition 1 auf 2. Aber da war nicht mehr, als dass man sich ein Einheiten-Upgrade-Pack kaufen musste. Fertig. Ja, weil es keine Bücher, keine Kudizes, ähnliches gibt. Und das war für mich ein Grund, auf dieses System umzuschwenken. Der zweite Grund war das Thema. Und der dritte Grund war, dass ich es so cool finde, diese einzelnen Einheiten zu haben. Und zu überlegen, welche Upgrades verpasse ich dieser Einheit. Also ganz individuell habe ich hier eine ganze, ganze Menge an Upgrade-Karten, wo ich entsprechend der Slots gucken kann. Okay, was gebe ich dem? Zum Beispiel Obi-Wan. Obi-Wan hat zwei Machtfähigkeiten. So, dann schaue ich. Dann habe ich hier meine Machtfähigkeiten in meinem Upgrade-Set-Stapel zu erkennen an der Rückseite, dem passenden Symbol. Man kann sagen, okay, Machtwirbelgriff, nur dunkle Seite. Furcht, nur dunkle Seite. Kann weg. Zorn, nur dunkle Seite. Kann weg. Okay. Aber ich könnte Obi-Wan den Laserschwertwurf geben und ich könnte Obi-Wan die Kampfmeditation geben oder die Machtführung, die auch einfach das entsprechende Artwork hat. Das kann ich mir frei zusammenstellen, frei entscheiden, was mein Obi-Wan da bekommt und kann damit ganz unterschiedliche Armeen ausprobieren, ganz unterschiedliche Spielweisen, obwohl ich die gleichen Figuren spiele. Und das, finde ich, ist eine unfassbare Stärke dieses Systems und des Weiteren mag ich es total, dass ich Karten mit Artwork hier drauf habe. Das zieht mich einfach nochmal ein Stück weit mehr in diese Welt, in dieses Tabletop-System, obwohl gedrucktes Material in der Form immer einen Nachteil hat. Sobald es eine Erata gibt, hast du die Arschkarte, ist deine Karte nicht mehr aktuell. Das sieht man vor allem daran, dass alle Punktekosten auf diesen Karten sind im Prinzip nicht mehr gültig. Das heißt, man baut seine Armee nicht nach diesen Karten zusammen, also nicht nach den Punktekosten der Karten. Also ich sitze nicht mit meinen Karten hier und gucke, was passt, sondern ich klicke mich erstmal durch einen Online-Armee-Builder und gucke da, weil da die aktuellen Werte drin sind. Dem ist man bei X-Wing aus dem Weg gegangen, dem man gesagt hat, das ist alles nur in der App. Das hat man jetzt bei Star Wars Legion noch nicht gemacht. Schade insofern, als dass ich gerne eine App hätte, die Star Wars Legion perfekt unterstützt, aber noch nicht notwendig an der Stelle. Trotzdem gibt es auch Karten, da sind Fehler drauf. Auch da gilt dann die Online-Version. Da kann man dann entweder die Karte sleeven und die korrigierte Version quasi draufschieben. Das muss jeder für sich überlegen. Das finde ich jetzt ist aber kein großer Kontrapunkt an der Stelle, sondern der Pluspunkt überwiegt für mich ganz, ganz klar. Ja, dann wichtig ist noch zu sagen, diese ganzen Figuren kommen umgebaut. Manche im Gussrahmen, manche nicht. Es gibt nämlich zwei Arten von Figuren. Wir haben PVC-Figuren, die sind so ein bisschen Weichplastik. Das sehen wir hier an Obi-Wan, kann ich Ihnen mal zeigen. Dem sein Schwert, das ist biegsam. Da passiert gar nichts. Das war auch, als es kam, eine ziemlich schlappe Nudel. Einfach in heißes Wasser legen und zurecht biegen und dann mit kaltem Wasser abschrecken. Während Anakin, das Schwert, da biege ich nichts. Der gute Anakin ist nämlich Hartplastik. Genauso ist es hier bei manchen. Die Kerle sind Hartplastik. Dann gibt es wieder Klone hier. Die sind Weichplastik. Die Druiden sind alles Hartplastik, weil Druiden, Filigran, braucht Hartplastik. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall ein gewisses Werkzeug. Ich brauche ein Cuttermesser, um den Kram rauszukriegen. Ich brauche Sekundenkleber und oder Plastikkleber. Und naja, ich brauche Bemalzeug. Also mindestens dann mal eine Sprühgrundierung oder eine Airbrush. Ich mache es immer schön mit Sprühgrundierung aus der Dose. Und dann sollte man den Kram auch noch bemalen, denn ein Tabletop ohne Bemalen ist so ein bisschen, naja. Da geht 90 Prozent des Spaßes verloren. Und ich sage euch eins, ich warne euch vor. Weißmalen ist alles andere als einfach. Macht euch schlau. Ich habe es auch mit Schattierungen jetzt erst mit meiner heutigen Erfahrungsstufe hingekriegt, dass es mir gefällt. Aber während zum Beispiel die Druiden, die Druiden sind bemaltechnisch so, dass es cool aussieht, eine total anspruchslose Armee, was das angeht. Also das kann man ohne Probleme machen und kann ich auch jedem nur empfehlen. Dann spielt eine Separatistenarmee rund um Count Dooku und General Grievous und ab geht die Post. Ja, das war mein kurzes Einstiegs- bzw. Überblicksvideo zu Star Wars Legion. Wenn ihr Bock habt, dass ich da mal ein bisschen mehr zeige, vielleicht auch mal einfach eine Einheitenbox oder so, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Oder wenn ich zum Beispiel mal gucken soll, dass ich so ein Armeeset organisiert bekomme, dann gerne in die Kommentare. Dann werde ich zusehen, dass ich euch das hier auch noch zeige, präsentiere und euch vielleicht auch sogar beim Bauen oder so, beim Auspacken ein bisschen mitnehme. Das ist ja bei einem Tabletop tatsächlich eine ganze Ecke interessanter, als das bei einem Brettspiel ist, meiner Meinung nach. Ja, und wenn ihr Fragen habt, gerne auch unten in die Kommentare. Dann beantworte ich das gerne nach bestem Wissen und Gewissen. Ich bin Alex, spiele Star Wars Legion und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut!